Hallo und Willkommen zum vierten Türchen des Engel-Advents-Kalenders und ich ziehe heute, was heißt ich ziehe gar nicht, hier fliegt schon eine Karte heraus, für uns alle für den heutigen Tag. Und die Karte fragt, was wünschst Du Dir? Du hast jetzt die Gelegenheit, das Drehbuch zu schreiben entsprechend den wahren Wünschen Deines Herzens. Sobald Du Dich klar für Deine Herzenswünsche entscheidest, in dem Wissen, dass Du ihre Erfüllung verdient hast und bereit bist, sie zu empfangen, werden sie plötzlich wie durch Zauber wahr werden. Von dem her erinnern uns die Engel heute daran, dass wir unseren Wünschen folgen sollen und nicht immer nur Ausreden finden sollen, warum wir etwas nicht machen können oder denken, wir sind zu klein und zu schwach, um das zu verwirklichen, was wir uns wirklich wünschen. Ja und sie sagen ja auch, dass Du die Erfüllung Deiner Träume verdient hast und wenn Du bereit bist, sie zu empfangen, werden sie plötzlich wie durch Zauber wahr werden. Ja ihr Lieben, das ist die Engelbotschaft für heute und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Türchen des Engeladventskalenders. Alles Liebe! Und zwischen dem ersten und zweiten Advent gibt es ein spezielles Angebot für eine persönliche Weihnachtsengelbotschaft auf meiner Website und wenn Dich das anspricht, dann schau einfach mal rein, den Link findest Du unter dem Video. Alles Liebe! Glaublich! Vielen Dank.